Was ich in vier Tagen in London gegessen habe, als allererstes hatten wir Rahmen und Sushi. Die Rahmen waren richtig lecker, Sushi mochte ich aber nicht ganz so gerne. Dann waren wir nochmal Rahmen essen, so sahen die aus und die waren richtig lecker, aber auch echt scharf und das, obwohl ich scharfes Essen mag. Dann hatten wir noch so eine Sushi-Rolle, die war auch richtig lecker, ich liebe ja Sushi. In einem Restaurant hatten wir einmal diese Vorspeise, die war auch richtig gut, aber diese Trüffelpasta hat einfach nach gar nichts geschmeckt. Dann waren wir noch bei einer Pommesbude und hatten so richtig cheesy Pommes und die waren wirklich eine 10 von 10, so lecker. In einem Café hatte ich dann noch English Breakfast Tea und einmal dieses Schokomousse, einmal in so einer Bärchenform und einmal in einer Pandaform und das war das beste Schokomousse, was ich je gegessen habe. Und zum Schluss waren wir nochmal Corndogs essen, die waren auch richtig cheesy, richtig lecker.